Hallo zusammen, ich habe mir ein neues Notenbuch gegönnt und zwar The Real Book. Sechste Auflage, über 400 Jazz-Standards, also die nächsten Wochen habe ich mehr als genug zu spielen, allerdings in einer etwas ganz besonderen Notenschrift. Man hat also nur die Melodiestimme und die Akkordangaben. Für mein Demo habe ich mir Night Train von Jimmy Forest ausgesucht. Das Stück ist in B-Dur. Diese Vorzeichen sind nur in der ersten Zeile vorne oder oben links angezeigt und nicht wie sonst üblich an jeder Notenzeile, also man muss immer dran denken. Überall gelten zwei Bs, das Stück ist in B-Dur. Auch das Solo ist äußerst sparsam notiert. Die Taktangaben mit Akkorden und noch der gut gemeinte Hinweis, einmal ein zwölftaktiges Plusmuster als Solo zu spielen. C-7 heißt C-7. Also 3 cm dickes Buch, 1 kg schwer, und nun mein Demo-Song Night Train, Jimmy Forest. Ganz langsames Stück, gespielt mit Saxophon und Piano. zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018